Müssen wir aber stärker werden. Wir sind noch in einem sehr schwachen Zustand zurzeit. Guter Durchschnitt. Was soll das denn jetzt? Okay. Okay. So, ich verstehe. Okay. Kann ich hier irgendwie... Okay. Na komm schon. So. Okay. Jetzt mit das. Äh, damit. Und ich hier da durch. Hier runter. Gibt da irgendwas? Nee. Okay. Komm mal her. Verbinden. Okay. Nice. Okay. So. Achso, der Trotter kann ja nicht klettern. Okay. Ja. Du musst es mal... So ein bisschen tiefer. So. Okay. Dann hätten wir das schon mal. Ähm... Okay. Ich verstehe. Kein Problem. Na. So. Na. Ah, nicht so viel. Soweit. Okay. So. Äh, okay. Dankeschön. Ja. Was haben wir hier drin? What? Großer Sonnenau Energie... What? Äh, oh, da kurz... Okay. Interessant, interessant, okay. Alles klar. Und hier brauchen wir einen Schlüssel, oder wie? Okay. Obwohl... Hä? Ich habe aber hier keine Truhe gesehen. Hä? Ähm... Hä? Okay, was haben wir hier? Ähm... Ein Schlüssel muss hier sein, aber wo denn? Okay, nochmal kurz den ganzen Weg zurück. Habe ich hier irgendwie was verpasst? Ähm... Ähm... Nee. Leuchtet irgendwas? Nee, sonst müsste ich den ganzen Weg... Ist vielleicht hier drunter irgendwas? Nee, hier geht's nur so. Hä? Die wollen einen Schlüssel haben? Aber... Die einzige Truhe, die ich geöffnet habe, beinhaltete keinen Schlüssel. Wie? Was haben wir denn da? Aber man muss durch das Gitter, hä? Okay, 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 ich verstehe. Achso. Ah, okay. Da geht's nicht weiter. Kann ich irgendwie sehen, wo... ...das überhaupt hin muss? Ach, Gott, der mitte. Mann, ich hab nicht so viele Pfeile, alter. Gibt's hier irgendwas? Okay, dahin muss es hin. Okay, okay, ich verstehe, was zu tun ist. Hm. Also das, was ich gemacht habe, das passt schon. So. Warte mal, ich hab ne Idee. Ah, nein, ich hier das. Warum hast du... Okay, wir machen das nochmal. Komm her. Komm her. Komm her. Ich sag da, komm her. Oh mein Gott, alter Link, du bist manchmal so dumm. So. Lass mich bis da nach oben. So. Achso, nee. Ich kann ja nicht die Zeit stoppen, dass der Mistace ist. Oh mein Gott, alter, wie dumm. Okay. Ähm. Oh, na, warte. Ah, man muss auch irgendwie dahin zielen, während es macht. Sind, sind die bescheuert. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Muss man ja extrem... Nein. Ich hab auch kaum Pfeile. Was soll man denn da machen? Und warum hab ich hier diesen Block? Was soll der mir bitte schon bringen? Oh, na. Oh! Oh! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, okay, okay. Please tell me, bitte sagt er, okay, er ist endlich hier rein. Okay. Und hier komme ich immer noch nicht rein. Denn ernst, ich habe diesen ganzen Aufwand gemacht und ich komme hier immer noch nicht rein. Ich dachte, der würde mir wenigstens Schlüssel geben. Oh mein Gott, Alter, wo befindet sich denn hier der Schlüssel? Willst du mich verarschen eigentlich? Ach, da oben, Alter, ey. Okay. Okay. Und das, oh mein Gott, okay. Okay, jetzt verstehe ich auch, wofür das gedacht ist. Und damit das nicht runterfällt, gehen wir her. Ähm, alles ist hier nicht. Hallo, wo ist mein Bogen? Ach, Alter. Nee. Okay. Nein! Link, Alter, seid doch nicht so bescheuert, ey. Mal, warte mal. Ja, sehr gut. So. Einfach mal voll versteckter Schlüssel, ist klar. Dankeschön. Zu fassen, Alter, ey. Ich dachte, man muss irgendwie von hier durch. Ja, ist ja da voll easy gewesen, Alter. Da schreiben wir ja voll easy gewesen. Egal, wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Ach, Mensch, ey. So. Und wir haben acht Stück, ähm, jetzt insgesamt. Nicht wahr? Ja, nice. Kommen wir jetzt Stamina und, nein, neuen Herzcontainer holen. Sehr praktisch. Ja, ja, Herr Schnauze. Weiter geht's. Unfassbar. Unfassbar, Alter, ey. Weißt du, ich dachte, wenn man das Rätsel löst, kriegt man einen Schlüssel. Das ist ja voll das coole Rätsel dann. Aber anscheinend, naja, geht's nicht. Gut, wo geht's weiter hin? Okay, äh, damit ich demnächst nicht mich verliere, teleportiere ich mich wieder hierchen. Und wenn wir Ende die Aufnahmesession haben, haben wir halt ein paar Schreinshaltern durchgezogen in dieser Aufnahmesession. Ach, Mensch, ich will so gerne den ersten Dungeon erstmal durchführen, weißt du. Und die ganze Zeit wird man abgelenkt von einer Sache nach der anderen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt bin ich noch vom alten Zelda-Spiel gewohnt, weißt du, dass man abgelenkt wird von der einen Sache zu der anderen. Aber da hat sich das auch immer gelohnt. Und hier... Naja, wir haben mal. So, wir müssen jetzt da hin. Da hin. Ja. Ich gehe mal nochmal hier weiter. Na. Doch, die fünf Minuten mache ich hier noch, weißt du. Und danach beende ich die Aufnahmesession. Weil sonst... Sind wir die ganze Zeit durchgegangen und dann halt... Naja, siehst du ja hier. Wenigstens werde ich bis hierchen kommen, oder so, weißt du. Mehr nicht. So, meine Güte. Na komm schon. So. Was zum... Ah, haltet die Schnauze will, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Gehen wir hier weiter. Ich will ja natürlich schneller gehen, aber... Geht leider nicht schneller, ne. Stamina ist hier begrenzt. Nicht so wie in Skyward Sword. Also, bei Skyward Sword war das auch begrenzt, aber da war es nicht so dumm wie hier im Restorweiten Tears of the Kingdom. Weißt du. Was folgt ihr denn, Alter? Okay, einfach mal irgendwelche Wölfe. Könnte ich jagen, sehe ich aber keinen Sinn dahinter. Nur mehr Fleisch und so. Hä, einfach mal einen Lufthof gelöst. Der Wolf, habt ihr gesehen? So. Na komm schon. Richtig viele Chilis hier, Alter. Okay. Okay, das ist kein Schrein, das sind nur irgendwelche Gegner. Und so wie man es kennt vom Restorweiten und leider halt anscheinend Tears of the Kingdom bringen dir nichts. Aber da verschwendest du nur deine Waffen. Und der Bonus oder dein Geschenk letztendlich. Oder deine Belohnung mit anderen Worten. Ist nicht so besonders. Anders als in den vorigen Zelda-Spielen, wo es immer sich gelohnt hat, weißt du. Okay, wir gehen hier auf jeden Fall schon mal hier richtig. So. Gehen wir hier weiter? Waren wir nicht hier schon gewesen? Warum kommt das hier so bekannt vor alles? Na, weiß ich nicht. Alter! Dein Ernst? Alter, dein Ernst? Das ist eine Attacke, die ich noch nicht kannte von dir. Das ist schlecht. Aber jetzt Schluss mit lustig. Ah, nee, das ist noch nichts Besonderes. Gut. Aha, sehr gut. Das wollte ich, genau. So. Und bevor wir den nutzen, ne? Lassen wir hier erstmal den hier retten. Irgendwie habe ich hier voll das Déjà-vu, weißt du. Lassen wir mal einen Ruhe, Kollege, ne? Klar! Oh, nice, genau. Das bräuchte ich. Sehr gut. Hä? Habe ich das nicht schon gesammelt? Ja. Okay, ja, bitteschön. Okay, nice, danke. Das nehme ich dann direkt. Ja, ja, das hast du mir schon mal alles erzählt. Das hast du mir schon alles erzählt. Das ist ja nicht zu fassen. Ich wollte eigentlich die Aufnahme beenden, weißt du. Und dann kommt sowas halt. Haben wir hier irgendwas? Ja, so. So. Dann wo waren hier der eine Steine gewesen? Da. Genau. Das machen wir mal hier schnell. Warte, nein. Ja, überhaupt nicht. Oh mein Gott, Gott, damn it. Alter, Katja, ich dachte, du wolltest grad wegfliegen. Äh, runterfallen. So, wir müssen nämlich da hin, ne? Ist da irgendein Turm hier in der Nähe? Da ist zum Beispiel der, eine Boss, weißt du. Aber das ist nicht da. Wir müssen da hin. So. Genau, wir müssen da hin. Ach, guck mal, ist das nicht das Dorf der Orden? Oh, die ist da hinten. Ah, seht mal einer. Dann sind wir hier schon mal in den... Gehen wir schon mal hier richtig? Hier sind so ein Krater, okay. So, hier mal bis zur Spitze wenigstens. Ja! Okay. Äh, wer mit seiner dummen Stamina weiste, nicht zu fassen. So. Na, komm schon. Was zum... Ach, da ist irgend so ein Whistle-Rope. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay. Ha, fast wird er gefallen, Alter. So. Was ist denn? Nähern wir uns irgendwie mal. Was zum... Was ist denn jetzt? Ach so, okay. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt? Ja, nice. Nice. So. Okay. Na, komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, alter Kollege. Warum nimmst du hier schon... Oh mein Gott, hier ist es so kalt hier. Hier ist mal das, erst mal. Wir gehen mal hier weiter gleich. Nur kurz Ausschau auf einen Schrein. Da ist ein Schrein, da hinten. Da hinten. Da hinten ist ein Schrein. Und da müssen wir auch hin. Okay. Na gut, alles klar. Gut, dann wende ich jetzt die Aufnahme, bevor Link hier noch erfriert. Und dann im nächsten Part kämpfen wir gegen den ein. Äh, Bissrope. Und, ähm, da gehen wir halt zu dem Schrein. Alter, es schneit hier. Na gut. Wir lassen ihn mal erfrieren in der Zeit. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Anschauen, weil den lieben Bows Musins. Haut rein, steht awesome. Und, ja. Bis zum nächsten Part. Das war euer Link. Ciao!